Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr Freunde des gepflegten Glemmbausteinbaus. Heute mal zu einem etwas anderen Thema, weil heute reden wir über Ebay und meine Erfahrungen mit dieser Verkaufsplattform zum Verkaufen von Glemmbaustein. Und Spoiler, schlechter geht's wirklich nicht. Aber zunächst seht ihr erstmal im Hintergrund ein Lego Set, das ist ein Creator 3 in 1 Set, die 30581. Das ist so ein kleiner Papagei und so ein typisches kleines Mitnahmebeutelchen in den verschiedenen einschlägigen Supermärkten. So sehen wir wenigstens etwas Schönes in dem Video und eure Augen schlafen nicht unbedingt ein. Aber fangen wir mal langsam an. Ich verkaufe nun seit ca. 5 Jahren auf Ebay. Anfangs keine Glemmbausteine, aber ich habe den Wandel der Plattform über Jahre mitbekommen. Und das ehrlich gesagt meistens negative. Aber das ist nicht mal ein Thema des Videos, sondern heute reden wir explizit über Glemmbausteine auf Ebay. Und diese verkaufe ich nun auch seit schon mindestens 3 Jahren über Ebay. Erst gab es damit nie Probleme, bis Anfang dieses Jahres. Es kommt nun vermehrt dazu, dass Anzeigen als Replik oder Fälschung offline genommen werden. Dabei handelt es sich aber um Sets, welche weder eine Replik eines Lego Sets noch eines anderen Herstellers sind. Konkrete Beispiele gefällig. Zum Beispiel das kleine rote ferngesteuerte Auto von Kada. Das Angebot habe ich natürlich nicht mehr online genommen, nachdem es dann von Ebay eben runtergenommen wurde. Und habe dann auch mit dem Ebay Support telefoniert. Und wir waren uns am Ende dann beide sicher, dass es sich um ein Missverständnis ging. Dieser Vorfall hat sich dann aber auch wieder mit einem weiteren Set wiederholt. Laut eines anderen Supportmitarbeiters mal wieder nur ein Missverständnis in Anführungszeichen. Und vor einer Woche ist es mal wieder passiert und dann gleich mit zwei Sets. Dabei handelt es sich um zwei Guanjan-Sets. Und zwar den Typ 89 Ijo und den VK 1602 Leopard. Mal wieder beide Sets, welche in keinem Fall, egal wie man es betrachten will, eine Kopie darstellen. Dieser weitere Vorfall hat im Endeffekt zu einer drei Tage langen Einschränkung meines Accounts geführt. Ich durfte weder Dinge einstellen noch beenden und auch konnte vor allen Dingen niemanden mehr auf meine Angebote bieten oder sie überhaupt finden. Doof nur, dass auf anderen Angeboten schon Gebote waren. Und es ist dann wirklich toll, wenn man einen Set im Wert von 100 Euro zum Startgebot von einem Euro verkauft. Weil das Gebot war halt schon auf dem Artikel. Und Ebay hat mich zu Unrecht eingeschränkt und damit habe ich davon einen ordentlichen Schaden. Und top kommt, dass der Kaufvertrag trotzdem wirksam und gültig ist. Vielen Dank an der Stelle, Ebay. Natürlich habe ich dann wieder mit dem Support gesprochen. Dieses Mal mit einer in Anführungszeichen netten Dame. Ihrer Meinung nach waren meine Angebote laut den Ebay-AGB nicht erlaubt. Angeblich darf man laut Ebay keine anderen Klemmbaustein-Marken als Lego verkaufen. Alles andere wäre nämlich eine Replik oder Fälschung. Sie hat selbst zugegeben, dass es dafür keine gesetzliche Grundlage gibt, aber Ebay es so in den AGB stehen hätte. Wo genau das stehen soll, konnte sie mir leider nicht beantworten. Genau wie jeder andere Ebay-Support-Mitarbeiter, mit dem ich gesprochen habe. Also habe ich selbst nachgesehen und siehe da, es steht nicht in den AGB. Und auch nichts, was darauf hindeuten würde. Die Frau meinte darauf hin, dass es ja nicht alles in den AGB stehen muss, aber es halt so ist. Vielen Dank für das Argument. Auf die Frage, wieso dann tausende Angebote seit mehreren hunderten Tagen online sind, konnte sie mir mal wieder keine Antwort geben. Lustigerweise kaufe ich ja selbst Klemmbausteine über Ebay. Die Argumente wurden dann immer absurder, ohne das weiter auszuführen. Und deshalb habe ich sie mal gefragt, ob sie denn überhaupt Ahnung vom Thema Klemmbausteine hat. Und ihre Antwort war entlarvender, als alles, was ich mir in meinen kühnsten Träumen hätte vorstellen können. Sie hat geantwortet, sie kenne sich mit Stein aus, aber sie, und ganz ehrlich, jetzt genau draufhören, kaufe natürlich nur Lego und keine billigen Lego-Kopien. Und für sie sind übrigens jeder Hersteller Kopien, auch Kobi, Kada und so weiter. Jeder Stein, damit Lego kompatibel ist und nicht von Lego kommt, ist für sie eine Kopie. Also ich muss sagen, das macht einen echt sprachlos. Und was heißt das im Endeffekt? Wir müssen jetzt wirklich bedenken, jedes Set, das ihr von nicht Lego einstellt, kann euch den Account kosten oder zumindest einen großen finanziellen Schaden anrichten. Und das ist eventuell jetzt eine einzelne schlechte Erfahrung. Eventuell hatte ich auch eine sehr schlechte Mitarbeiterin zu diesem Thema. Aber niemand bei Ebay konnte mir bis jetzt in dem Fall weiterhelfen, wenn es zu so einem Thema kam. Und wie gesagt, bedenkt bitte, was das für eine große Reichweite hat. Und ich hätte auch nichts dagegen, wenn es bei Ebay ausgeschlossen ist. Dann muss es aber erstens in den AGB stehen, beziehungsweise dort einen Hinweis darauf geben oder in irgendwelchen Richtlinien. Und zweitens kann es nicht sein, dass tausende Angebote online sind und legal online sind und dann andere gesperrt werden, ohne dass einem jemand begründen kann, wieso. Ich sag nur, ihr seid gewarnt. Jedes Set, was ihr einstellt, kann das letzte sein. Mir tut es ehrlich auch im Herzen weh. Aber so ist es eben. Habt ihr selber Erfahrungen damit gemacht? Dann schreibt da bitte gerne etwas dazu in die Kommentare. Ihr wisst, ich bitte sonst auch nie darum. Aber wenn euch das Thema am Herzen liegt, verbreitet das Video gerne. Es geht nämlich in diesem Fall die gesamte Klemmbaustein-Community an. Wenn euch das Video trotz des ernsten Themas gefallen haben sollte, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein. und ich wünsche euch noch einen Wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.